So, wir sind bereit für den nächsten Teil. So, ich hab jetzt ein Kraftfeld, ihr habt das gesehen. Fragt nicht, wie lange das gedauert hat. Also man verliert automatisch... ...den Schild. Das scheint an... Ach, da ist auch schon wieder alles weg. Diese komische Superkanone... Äh... Das kann nicht wahr sein. Die Superkanone macht sofort den Schild kaputt. Äh, bin ich denn hier im Irrenhaus? Nein, gut. Bisschen wir mal. Das heißt, das Kraftfeld macht überhaupt keinen Sinn. Ihr seht das, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Sag mal, sei er da irre bei Konami? Das ist doch nur ein kleiner, duseliger Bosskampf. So. Und Glück haben. Und jetzt nach oben. Unten. So, komm, 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 komm. Und nochmal. Danke. Speichern. Hula. Notfall. Dr. Venom greift schnell an Nemesis. Kommen Sie schnell zurück. Ja, wird wahrscheinlich um sein müssen. Andersrum. Denn in der Zeit, wo ihr nach Zinn geflogen seid, hat natürlich Dr. Venom, der ist ja nie doof, ne? Der hat euch ja total drauf. In der Zeit mal eben kurz Nemesis angegriffen. Weil diese Bacterians machen natürlich für ihn jetzt die Drecksarbeit. So, und ihr wisst, was wir jetzt tun. Jetzt kommt der Rückweg. Und ihr dachtet, das war der Easy-Mode. Nein! Denn jetzt kommt der Hard-Mode. So, ich hab die PowerPoint-Präsentation verstanden. Notfall, 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 Notfall! Mein Gott, was für ein Notfall! Ich muss mir einen im Kopf fassen. Notfall! Jaha, hab's verstanden. Er greift total schnell an. Kann ich irgendwas machen? Nö, ne? Ihr wollt einfach mal zeigen, oh mein Gott, der SCC-Musik-Chip kann aber ne Menge. Ich bin beeindruckt. Nee, nicht so wirklich. Macht ihr jetzt mal weiter? Oh, ne? Das ist ein Witz, ne? Also gut, dann gucken wir uns diese unglaublich interessante PowerPoint-Präsentation an. Überlegen uns kurz, ob diese Musik wirklich schön ist. Und fragen uns, wird wohl gerade Dr. Venom Nemesis angreifen? Wir wissen das gar nicht. Wir wurden auch gar nicht drauf aufmerksam gemacht, ne? Ist auch genial, ne? Wenn man so die Enterprise kennt oder meinetwegen Raumschiff Orion oder was wir da alles nehmen. Selbst für die Verhältnisse ist diese Anzeige echt billig. So. Das hat so ein bisschen was von Verkehrsnechten. Hallo, willkommen hier beim WDR 1. Wir haben möchten kurz mitteilen, auf der folgenden Streitgerichtung in Nemesis gibt es so einen kleinen Stau durch einen kleinen Raketenangriff. Da ist irgendein Dr. Venom, der gerade in Nemesis angreift. Fragen Sie mich nicht, woher wir das wissen. Ganz geheime Quellen. So, es geht weiter. Speichern. So. Da beende ich aber den Part. Dann haben wir den unglaublichsten Schwachsinnskampf aller Zeiten erstmal hinter uns. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part auf der Rückreise. Und wenn ihr denkt, die wird einfacher. Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Ich bin so glücklich. Ich könnte jubeln. Ne, könnte ich nicht. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Mit tiefer Scherzwung. Sag ich mal, schön mit Ö. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Nemesis 2. Die Rückreise. Ihr seht, was passiert. Das ist also wirklich der Hard-Mode. Und ich gehe sofort in den ersten zwei Sekunden drauf. Ich wollte nur präsentiert sicherstellen, dass es der Hard-Mode ist. Denn wenn das der Easy-Mode wäre, würde ich ja nicht sterben. Hust, Hust, Hust. Boah, ihr habt doch einen Knall. So, muss ich eigentlich diese komische, bekloppte Stage nochmal machen? Ne, genau. Wir machen mit dem Living-Planet weiter. Okay. Das ist der Living-Planet, der Hard-Mode. Ich erwähne das gleich ein paar Mal, weil... Gut, das hätte jetzt auch der Easy-Mode sein können, denn... ...landen kann man hier nicht. Es ist doch jetzt nicht so viel Schüsse mehr. Es ist nicht gut, dass wir kein Schotschild haben. Das ist wohl wahr. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir nicht wissen, wie wir heißen. So, komm, schnapp dir die Power-Kapsel und speichern. So, die sind ein bisschen schneller, wie wir mal sehen. Das ist mir aber auch egal. Weil sterben tun sie genau wie beim letzten Mal. So, mal gucken, ändert sich da irgendwas? Vielleicht gehen wir schneller zu. Müssen wir einfach mal ein bisschen drauf achten. Aber wir sind ja gerade schon peinlich da gestorben. Was man eigentlich nicht kann. Betone das nochmal. Eigentlich kann man da nicht drauf gehen. Gut. Ich schon. Also, falls jemand wissen will. Ich hab ja auch mal den einen oder anderen... Ich hab ja auch eine oder andere private Nachricht. Soll ich das genauso nachspielen? Nein. Weil es dumm. Wenn man drauf geht, ist das nicht gut. So. So, komm, 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 mein Freund. Vor allem, wir sind... Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind in voller Mund... Boah. Ich fliege natürlich genau rein, ne? Ich bin auch... Extrem cremig. Ich hab's auch... Unglaublich drauf. Das ist nicht irgendwie ein Spiel, wo man die Bälle fangen muss. Nein, hier muss man den Bällen ausweichen. Warum waren sie eigentlich der letzte, der immer bei Völkerball gewählt wurde? Ich weiß ja nicht. Ich hab immer alle Bälle bekommen. Ja. Aber nicht gefangen, was? Nee. Dazu wurde auch zu hart geworfen. Ja. Mein Gott, ist jetzt hier mal gut. Hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab mal so eine schöne... So eine schöne Textstelle gesehen bei irgendeinem Let's Play. Ich spiele sie... Ich spiele diese Games damit, wer das nicht misst. Ungefähr... Ich glaube, das war das erste Chip... Das erste Spiel mit diesem SCC Soundchip. Das gibt, glaube ich, auch eine Fan-Upgrade-Version vom ersten Nemesis. Ich weiß nicht, ob die das später nochmal irgendwann rausgebracht haben, Konami selber. Vielleicht kann mir mal irgendein Konami-Mitarbeiter, wenn man das sieht, mal schreiben, ob es da einen Re-Release gab. Denn in so einer Limited, weil da gibt's ja auch noch... Ähm... Wie bei anderen Sachen gab's da auch Collections und Compilations und... Also eine Socks. So. Das heißt, wir nehmen den Driller mal nicht, weil den brauchen wir nicht. Der verwirrt mich nur. Und was mich verwirrt, sollte ich lassen. Ja, 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 mein Freund. Da kannst du gern von hinten kommen. Solange ich gut bewaffnet bin, ist mir das vollkommen egal. Und wenn jetzt einer irgendwie in den Kommentaren schreibt, dir so lange die Waffe geladen ist... Ich möchte solche Kommentare nicht. Ich weiß, jetzt schreibt sie erst recht einer, aber... Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich weiß, jetzt kenne ich einen befreundeten Let's Player, der genau bei der Sekunde... ...so laut lacht. Das, glaube ich, gleich eine Fliegerbombe auslöst. So, äh... Wir machen dich mal eben schnell platt. Wir haben jetzt keine Zeit, mit dir zu spielen. So. Ist mir jetzt egal, wirst du das Schild, bitte auch wiedersehen. So, keine Zeit. Wir haben keine Zeit, kein Geld und auch keine Geduld. So, weiter. Level 5. Wir nehmen ja sozusagen die U-Bahn oder den Bus direkt zurück. So. Auf jeden Fall ist das schon mal nicht so nervig wie der eine Level. Ich weiß aber, was als letzter Level kommt. Und ich kann... Was ist das denn? Verfettet ihr ihn! Aber seid ihr irre! Seid ihr voll irre! Hier schon mit irgendwelchen Reflexionsdingern arbeiten? Ach du meine Kacke! Ich glaube übrigens, der normale Schuss wird nicht reflektiert. Das hatte mir, glaube ich, auch einer beim letzten Parten geschrieben. Ich glaube, das gilt hier genauso. Aber... Wer will denn das hier mit einem normalen Schuss machen? Wer ist denn so irre? Also, wenn irgendeiner... Auch das habe ich mal irgendwo beim anderen Let's Play mal gesagt. Wenn irgendeiner hier einen Speedrun machen kann oder einen Longplay und nicht in Schüsse rennt... Ich wiederhole das gerne nochmal, weil doof. Ich verlinke den. Ich bewundere Leute, die den Skill haben, auch einen Battletoads nach allen fairen Regeln durchzuspielen. Also, mit SafeStates würde ich mir sogar einen Battletoads antrauen. Aber dann, sage ich ganz ehrlich, dann kann es laut werden. Weil da gibt es unglaublich lustige Sterne. Und beim 50. Mal wiederholen, sage ich es mal ganz ehrlich, habe ich auch nicht mehr gute Laune. Unverständlich, ich weiß. So, speichern. So, diese Feuerwild... Die dürfte sich eigentlich nicht geändert haben, außer dass es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen schneller, gefährlicher ist. Dass es gleich ein paar mehr Dinger gibt, dass die schneller zugehen. Aber da sollte ich ein... Äh... Ihr habt das gesehen, ne? Ihr habt das gesehen. Sag mal, seid ihr nicht mehr ganz frisch in der Murmel? Ihr seid nicht mehr ganz frisch in der Murmel. Ich muss da schießen. Ich meine, das wussten die Programmiere. Das haben sie auch so mit Absicht gemacht. Kann es sein, dass ihr nicht alle Latten im Zaun habt? Das wird gleich noch ein Survival-Match, ne? Na, das war natürlich dumm. Ah, da gehe ich natürlich an allen vorbei, weil ich eine ganz geile Hohlbirne bin. So, was haben wir da denn? So. Den will ich haben. So, das bleibt gleich. Speichern. Speichern. Ah. So, Survival, ne? So, wenn sich das nicht geändert hat... Dann sollte ich das eigentlich hinkriegen. Schön. Schön, 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 schön. Schön. Aber... Ah, gut. Wir wollen noch. Kann sein, dass das gerade länger läuft, ne? Also, eins muss man mir lassen. Ich liebe diesen unglaublichen Show-Effekt. Ach, da sind sie wieder. Mit der Elektro-Show-Kammer des Vertrauens. Das spiele ich jetzt im Aufnummern sicher. Und er zeigt mir mal eben kurz nummer sicher. Ist nicht meine Version. Mein Gott. Können wir denn... Oder können wir denn wieder das lustige Spiel machen? So, wir brauchen da nicht mehr rein. Wir gucken genüsslich zu. Beziehungsweise... Nicht, dass das Spiel wieder unfair wird. Na? Oh, ist er gerade draufgegangen? Oh, ist er putt. Wie ärgerlich. Also, auf dem Rückweg, wenn ihr alle sieben Waffen habt... ...dann braucht ihr das nicht mehr machen. Dann braucht ihr dann nicht mehr intern. So. Wir sind bei Stage 4. Mal gucken, was uns... Ach, genau. Das Bergmassiv. Na ja, dann kann ich mir schon vorstellen, was hier passiert. Wesentlich mehr Steine. Wesentlich mehr... ...versteckte Geschütze. Aber gut. Wir sind ja viel bewohnt. Aber gut. Wir sind ja viel bewohnt. Weil die haben natürlich großartig jetzt nicht wirklich viel an der Architektur anders gemacht. Da waren sie doch ein bisschen faul. Das ist also ein bisschen mehr aggressivere Gegner. Bisschen mehr Gegner, die euch auch richtig auf den Nerven gehen. Schlechte Spieler, die immer noch in irgendwelche Schüsse rennen. Mein Gott. Warum sage ich mich nicht selber? Nicht machen. Ist doof. So. So. Mal gucken, ob wir... Warum versuche ich es eigentlich? Ich kann es doch sowieso nicht. Und wenn man kein Schild hat, sollte man natürlich keine Schüsse mehr abfangen. Weil das wäre doof. Wisst ihr was? Ich lasse das. Sammle die jetzt ein. Na komm. Na komm, 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 komm. Einen Schuss. Einen Schuss. Danke. Logisch. Wenn man es fast nicht braucht. So. Da haben wir fast ein neues Schild. Wir haben ja gerade schon wieder einen Schuss passiert. Wir könnten auch mal drauf achten, weil das kriege ich auch nicht mehr hin. Wie viele Schüsse das Ding überhaupt verträgt. Ich glaube aber, das ist auch wieder unterschiedlich. Da gibt es glaube ich irgendwie Schüsse. Wie man sieht ja vom Bossgegner ist das Schild sofort weg. Ähm. Ich glaube, diese komischen Steine zählen glaube ich auch vier oder so. Von normalen Schüssen. Aber es kann auch sein, dass die wieder normal zählen. Wenn das einer weiß, einfach posten. So. Ein Vektor. So. Jetzt rotze ich euch erstmal hier alles weg, was nicht bis 10 auf dem Baum ist. So. Ich will jetzt erstmal hier aufholen. Vielleicht schaffen wir nämlich dann in dieser Aufnahme nämlich sogar noch diese Stage. Dann haben wir... Dann sind wir eigentlich ziemlich gut dabei, ne? Oh. So. Jetzt müsste mir noch einer mal einen Schuss verpassen. Macht er. Brav. Gehen wir nach oben. Wir haben ja alles. Speichern. Boah. Das ist ja... Habe ich jetzt das System endlich begriffen? Also ich habe ja... Ich weiß ja nicht, wie viel... 96 Mal ich Salamander durchgespielt habe. Da habe ich aber noch eine Träume von. Aber es ist dann wirklich so. Wenn ihr das Spiel x-tausend Mal durchspielt, habt ihr die Spielmechanik begriffen. Das macht das Spiel für euch nicht angenehmer. Also wirklich nicht. Und lasst euch nicht erzählen, dass ihr dann irgendwie... Ähm... Das dann locker reinnehmt. Hm. Das tut er nicht. Ihr wisst nur, was eine Menge auf euch zukommt. So. Komm. Mach mal mal. Zack. So. Dich aufweg. Da kommt doch gleich wieder so ein Survival-Unsinn. Der kommt doch jetzt, glaube ich. So. So. Ich will aber aufholen. Ich will hier keinen sehen. Und mein Schild ist gleich auch wieder weg. Da ist mein Schild weg. So. Da haben wir aber alle Gegner weg. Jetzt müssen wir nur noch den komischen Astroiden, Meteoriten, vielleicht auch Kometen... Ach, da kann irgendeiner, der Astrophysik studiert hat, vielleicht mal genau sagen, was das ist. Vielleicht sind sie aber auch schlecht animierte Sprites. Man weiß es nicht. So. Was kommt denn jetzt für eine Waffe? Ich freue mich schon, wenn hier mal, ähm... Soll ich einen Witz machen? Ach du meinst. Ha, 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 ha. Ach du meine Güte. Die haben sie auch noch ausgepackt. Speichern. Ihr seht, die sind jetzt viel schneller. Ich meine... Die sind zwar auch schnell ein Elektroschrott. Aber... Was war das, 10 oder was da kam? So. Auf Wiedersehen. Die dürften wir übrigens bei Nemesis 3 auch wieder sehen, diese komischen Schiffe. Das kann ich schon mal vorweg nehmen. Dieses Mütterschiff ist so eine Art Running Gag. Da haben wir noch einen. Und der erwischt uns natürlich. Und der erwischt uns gleich nochmal. So, ist hier gut hier? Mein Freund? Ah, da kommt er wieder. Da kommt wieder Elektromän. Okay, das war ein bisschen sehr optimistisch. Aber der Trick... Äh... Scheiße. Ja, nicht... Der geht. So. Wenn er kaputt ist, beende ich den Part. Und dann geht's weiter. Zurück. Ich grüße mal schön. Bye, bye. Tschö, tschö. Und das nutze ich auch gleich als Überleitung. Wir sehen uns im nächsten Part. Dieses Schiff ist nicht mehr. Schalalala. Schön mit Öl. Tschö, tschö.